Ossi Osborn jodelt sich ein runter. Er mag halt keinen Blümchensex. Wenn, dann habt ihr es ja als erstes je gehört, gell? Was habt ihr ja die letzten zwei Wochen so getan? Es war schon Stress, aber es war schon ein schöner Stress. Metal.net, der Podcast. Ob ich wohl bei Kissen, was haltet ihr von Fossilien? Also ich steig jetzt da gleich mal in das Thema ein. Denn wir springen jetzt Kopf voran in die Metal News. Herzlich Willkommen da draußen an den Empfangsgeräten zur neuen Folge, zur 88. Folge des besten, informativsten und lustigsten Podcasts im Internet und The Universe. Live auf Twitch, live auf YouTube alle zwei Wochen und dann natürlich auch alle Zuhörenden da draußen, die das Ganze im Audioformat hören. Ich bin direkt in euren Ohrmuscheln und ihr werdet heute wieder informiert und zwar nicht nur von mir. Ich bin der Siffi, derjenige, der diesen Zeug da hier ins Leben gerufen hat, sondern ich bin nicht alleine. Ich an meiner Seite habe geballte Metal-Kompetenz, die wahrscheinlich allwissensten der Allwissenden vom Underground bis zum Mainstream ist alles vertreten. Für jedes Genre haben wir Platz. Vom Power-Metal, Folk-Rock bis zum Black-Metal und ihr könnt es euch gar nicht alles überlegen, was es alles gibt. Future Fusion-Metal habe ich mal gehört, soll es auch geben, was auch immer das ist. Da können wir drüber reden. Heute und in den weiteren Folgen. Ich begrüße an meiner Seite denjenigen, der genauso alt ist, wie ich, bei Weitem älter ausschaut, aber das was nicht bedeutet schlechter, hat seine Erfahrung erlesen und wahrscheinlich schon tausende von Konzerte und Festivals besucht und kennt den Mainstream und den Underground in- und auswendig und sitzt hier an meiner Seite, der Felix. Hallo! Ahoi, Servus, Lüssi, Servus, auch der anderen Person, die du gleich vorstellen wirst. Neben uns, außer uns beiden, gibt es noch jemanden. Vielen Dank, Pat, an dieser Stelle erstmal für den, für den, für das Sub. Ich muss die Alerts natürlich hier begrüßen, live im Chat. Das soll nicht unbeachtet bleiben hier, wenn die sich schon die Mühe geben. Ich begrüße an unserer Seite denjenigen, der mich zum Metal gebracht hat, mich mit der Sucht der Musik angesteckt hat und irgendwie auch den Weg bereitet hat, dass wir heute hier sind, wo wir hier sind, dass wir uns kennengelernt haben, Felix, wir zum Beispiel und auch euch da draußen, dass ihr hierher gefunden habt. Er war der Grundstein von all dem hier. Er hat die Erfahrung aus seinem, aus seiner Lebens, äh, aus seinem Leben gegriffen. Er hat alles miterlebt, wahrscheinlich auch schon jedes Genre live gesehen. Er sitzt hier mit uns im Call und redet mit uns über Metal und seine Erfahrung, der Roland, der Metal-Mentor. Hallo. Ich grüße euch alle da draußen und euch zwei natürlich sehr schön, dass wir wieder beieinander sind. Da sitzen wir wieder nach zwei Wochen. Hallo Roland. Nach zwei Wochen sitzen wir hier wieder hier munter, hoffentlich gesund. Seid ihr alle gut erholt? Ja. Es ist wieder toll, wieder zwei Wochen fast wieder Arbeit hinter sich zu haben. Ich bin wieder aufgehört und ich darf wieder was tun. Ich bin wieder draußen. Ich bin aktiv. Stress ohne Ende, aber es ist schön. Wunderbar. Das ist, äh, das ist schön natürlich. Das freut uns, dass du jetzt auch wieder mit voller, mit Kraft deiner Suppe wieder dabei bist und, ähm, mit uns diesen Abend pingt er draußen natürlich an alle, die was zu trinken haben. Ähm, dürft ihr gerne anstoßen hier. Ich trinke auch mal mit. Ich mache Arbeit. Heute tatsächlich noch nicht so viel. Ich bin mir gut vor, da als einziger Pirtdose in der Hand zu haben. Aber es ist ja fast und es ist alles in Ordnung. Aber, naja. Ich habe... Ich darf auch morgen mal wieder trinken. Ich bin morgen außer Haus. Können wir gleich drüber reden, was alles morgen so passiert und das Wochenende über und was so generell alles jetzt so noch auf uns zukommt. Ich würde aber trotzdem vornherein, will ich, jetzt wird ihr zwei wieder denken, was hat denn jetzt schon davor? Irgendwas kommt jetzt wieder. Ne, ich habe eine Idee. Alle Audio-Hörenden da draußen, die auf Spotify, Deezer oder was aus sich, was hört. Ich will euch einmal kurz darum bitten, das ist einfach nur ein Versuch, wenn ihr diesen Podcast folgt und das sind irgendwas mit 150 Leute, die das tun, statistisch gesehen, kann man auch schauen, würde ich euch bitten, einfach alle gleichzeitig, wenn ihr das hört, also druckt euch kurz auf Pause und dann könnt ihr weiterhören, diesen Podcast zu entfolgen und dann gleich wieder zu folgen. Warum? Das kann ich euch auch erklären, weil das den Algorithmus auch auf Spotify triggert. Ich befasse mich ja immer mit den Algorithmen, mit den, die die einzelnen Plattformen so haben und auf Spotify zum Beispiel, Spotify checkt das nicht, dass ihr neu, dass ihr schon mal abonniert habt und wenn ihr das nochmal tut, dann wird das einfach zusammenzählt. Und also im Algorithmus meint der, oh, es sind doch mehrere Hörer und vielleicht interessiert es ja noch mehr. Einfach nur so, mal aus Test, alle mal kurz auf Pause drücken und dann mal kurz entfolgen, kurz warten und dann wieder folgen. Kann auch jeder auf YouTube machen, deabonnieren und abonnieren, also gerne auf jeder Plattform, wo ihr seid, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wenn ihr Lust habt, macht das. Das ist wieder mal so ein Test von mir, das auszuprobieren. Was das macht, mal schauen, was das für eine Auswirkungen hat. Was habt ihr die letzten zwei Wochen so getan? Ich muss wieder in mein schlaues Handy reinschauen. Ich weiß, irgendwas habe ich gemacht, aber ich, habe ich von einem Punk-Konzert schon erzählt? Das ist schon länger her. Ja, das hat ein Punk-Konzert hatten wir schon mal im Schiff. Ja, genau. Ja, genau. Dann habe ich erstmal... Ich kann das eigentlich ganz kurz fassen. Ich fange einfach ganz kurz mal an. Auch in den letzten zwei Wochen, wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, ich bin einfach wieder gesund. Ich bin zwar noch nicht ganz hundertprozentig fit, also das ist nur ein bisschen nach, wir sind noch da von dieser blöden Krippe. Jedoch, ich bin wieder in meiner Arbeit, ich bin aufgeräumt, ich habe Aufgaben, es macht unheimlich Spaß. Und ich habe wieder Zeit, mehr Musik zu hören, weil wenn ich viel unterwegs sein darf, dann kann ich auch in meinem Auto dann Musik hören. Und es hat sich ja in den letzten zwei Wochen einiges getan. Also die zwei Wochen vorher waren ja ziemlich mager. Es sind diese Woche, die letzten zwei Wochen sage und schreibe, bei mir sieben Alben reingeflattert. Also wir haben ein bisschen was zu erzählen. Und ich muss sagen, es sind ein paar komische Sachen dabei gewesen, ein paar geile Sachen dabei gewesen. Und ehrenamtlich natürlich wieder unterwegs gewesen und viel tätig gewesen. Und ja, mir geht es gut. Das Wetter ist teilweise richtig geil. Man hat im Garten was machen können, mit dem Enkelkind umeinander machen können, Musik hören können mit dem Enkelkind, die wieder reingebracht hat, an den Metal, dass die wieder nicht so an den Mainstream herangeführt wird, sondern eine gute Musik hört. Sehr wichtig. Und naja, wie gesagt, es geht mir gut und ich freue mich einfach halt wieder da zu sein. Also ich habe mich wirklich den ganzen Tag schon gefreut. Ganz kurz, bevor der Podcast angefangen hat, haben da ganz kurz Hausaufgaben machen müssen, weil zu den sieben Platten wirklich nicht viel Hintergrundinformationen gehabt habe, weil ich einfach die letzten Tage keine Zeit gehabt habe, meine Hausaufgaben zu machen. Ich habe es dann kurz vor Schulbeginn geschafft, aber es passt. Ich bin da und bin vorbereitet. Ich bin wie immer nicht vorbereitet. Ich habe eins vorbereitet. Ich glaube, das geht so in die Richtung Meckerei und ich hoffe, dass ich da niemandem auf die Füße steige. Aber grundsätzlich was habe ich so gemacht? Ich habe ein Video habe ich hochgeladen auf YouTube zum Thema, was ich gerade für Musik im Ding höre, im Auto höre. Hat der Roland ja drunter kommentiert, er möchte heute da vielleicht auch noch drüber reden. Mal schauen, was da noch kommt. Ich hatte kurz Kontakt mit dem Neues, mit dem mit dem Knochen Knochen-Typ Kanonfieber-Menschen. Der hat mir dann mitgeteilt, er kennt mich und wir haben schon miteinander gesoffert und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber ja, wir werden uns... den bei Kanonfieber sagt, man kennt die Menschen ja nicht, aber du hast dann zu dich mit dem zufangen, und du denkst dir so, ja, du hast mich schon live gesehen. Aber damals gab es vielleicht Kanonfieber nicht. Ich war am Franconia irgendwo neben uns gesessen, vielleicht kann auch gewesen sein, also alles das schon. Aber ich werde hoffentlich am Rockharts dann kennenlernen. Ich möchte auch mit ihm ein Interview machen, dann zusammen mit einem Review zu dem Album nochmal und vielleicht auch vielleicht schon ein bisschen vorschauen zum neuen Album, weil ich möchte diese Band noch ein bisschen mehr im Auge behalten. Tatsächlich habe ich mich einfach verliebt. Das ist einfach krass. Also in Insta zu sagen, da darf ich an Felix, also du darfst gleich, aber jetzt muss ich zu kurz vom Siffen nicht mehr reden. Aber jetzt habe ich mir das Kanonfieber natürlich nach dem letzten Podcast, wo du das so angepriesen hast und so weiter, haben wir dann auch so ein bisschen im YouTube angeschaut und so. Und also ich bin da echt ein bisschen hin und her gerissen. Es ist nämlich wirklich, es ist eigentlich kein schlecht, ich weiß nicht, was für Metal, Black Metal, keine Ahnung. Aber es ist nicht schlecht gemacht und wenn man sich die Geschichte dazu anschaut, das ist sauinteressant. Jedoch ist es so auf der Platte oder zum Anschauen für mich, jetzt nicht zu sagen, ich darf mir jetzt da was holen und darf mir das jetzt anhören. Dann bin ich gespannt, wieder nochmal live. Genau, das wollte ich hinaus, also ich bin wirklich dann gespannt, wenn das dann live ist, also die werde ich mich auf jeden Fall anschauen, weil wie gesagt, angeteasert es mir schon irgendwie, aber so eine kleine Kleinigkeit fehlt mir noch, dass ich sagen tue, da laden wir jetzt was runter und das hört er mir jetzt länger mal an. Aber wie gesagt, live schaue ich mir die auf jeden Fall an. Also ich hoffe, dass wir das dann vielleicht miteinander machen können. Ja, denke ich schon. So Felix, also ich jetzt, vielleicht. Außer das war das Siffi schon fertig. Ja, ein Video, ansonsten war ich nur da, ich habe auch einen neuen Job, ich habe gerade gelesen, auch die Pet hat einen neuen Job, schreibt es in den Chat, natürlich Glückwunsch an dieser Stelle. Ich habe eigentlich auch einen neuen Job, einen alten, neuen Job, könnte man so sagen. Ich mache das, was ich vorher gemacht habe, jetzt offiziell. Ich habe so lange das gemacht, was ich machen will, bis sie es offiziell zu einem Job gemacht haben. Ich habe sie quasi überzeugt. Und da bin ich momentan auch voll drin und mache tatsächlich auch wieder Überstunden. Man könnte jetzt sagen, ja, dann arbeitet er wieder fünf Stunden, fünf Tage anstatt vier. Dann sage ich, nein, den Freitag lasse ich mir nicht mehr wegnehmen. Nee, ansonsten bin ich ja immer noch Strohwidmer und komme ganz gut zurecht. Die Wäsche ist immer sauber und es gibt was Warmes zu essen. Also von dem her feiert sie gar nichts. Ich bin eigentlich schon richtig glücklich. So, der Wolle ist auch gerade in den Chat reingehupft. Hallo Wolle an dieser Stelle und Shoutout an den Rotten an den Rotten Noise Rotten Boys Ne, wie heißt er? Cast? Rotcast. Der Rotcast. Der andere Podcast, der andere Metal Podcast, den es auch noch gibt. So, jetzt Felix, du bist dran. Der Rotcast. Ja, gar nicht so viel bei mir zu erzählen. Gemütlich Tischtennis gespielt, natürlich. Wir haben unseren ersten Sieg in der Rückrunde. Yes, endlich. Ja, es ist wichtig, nicht, dass wir noch heldenhaft irgendwelche Dummheiten machen, nur weil wir denken, wir sind in der Tabelle doch weit genug vorne, dass es nichts passiert Richtung Abstieg. Nee, 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 nee. Das kann man ja nicht auf sich ritzen lassen. Deswegen mussten wir mal ein bisschen Gas geben. Haben wir gemacht. ja, ansonsten wochenendtechnisch gar nicht so viel gemacht. Bisschen Musik gehört. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Wochenenden, weil es dann endlich mal wieder Konzerte angesagt sind. Dazu dann gleich auch sicherlich mehr. Und ja, so präge ich gerade. Ja, Arbeit, richtig toll. Unsere Hochschule ist gehackt worden. Aha, deine ganzen Ergebnisse geklaut. Also das Schöne ist, bei uns am Institut ist nichts Schlimmes passiert. Es sind bloß alle Server down und jetzt ist halt Sicherheitsrisiko ganz hoch und ja, ja. Alles andere als angenehm war ein heftigeres Ding. Deswegen in der Arbeit, stellenweise kann man sehr gut arbeiten, stellenweise ist ein bisschen, naja, es sind ein paar Steinchen in den Weg gelegt worden, um es nett auszudrücken. Aber irgendwie geht alles. Ich freue mich, dass ich morgen frei habe, deswegen läuft der Rubel. Und ja, ja, solltet irgendwas passieren, das muss ich kurz überlegen. Glaub nicht. Im Allgäu hat es geschneit. What? Lass das bitte im Allgäu. Ja, genau, genau. Da bin ich auch dafür. Da bin ich sehr dafür. Lass das bitte im Allgäu. Okay, mach ich so. Ja, das war's. Großartig schon von mir. Nichts wunderbar Specialiges oder sonst was. Dafür wird das Wochenende wahrscheinlich ein bisschen interessanter, auch bei mir tatsächlich. Ich bin dieses Wochenende wieder im Namen des Rockhards unterwegs. Wir haben Medientreffen, nennt sich das immer, Mediateam-Treffen, was auch immer, es wird ein Treffen und wir werden uns über Videos unterhalten zum Beispiel oder über Content und vielleicht das ein oder andere Bierchen trinken. Wird übrigens dann mein erster Rausch seit dem 1.1., also dieses Jahr. Ich nehme mir das jetzt einfach mal vor, weil verhindern kann ich es eh nicht. und ja, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall fahre ich da morgen vormittag los, bin ich mit auch irgendwann dort und abends, später nachmittag oder was geht es dann los. Die anderen YouTuber, Dark Arts, die Linda und der wahren Lukas kommen auch und da werden wir dann, ich werde das ein oder andere Video gleich vor Ort drehen müssen. Also ich werde auf jeden Fall für den YouTube Channel von mir ein Video dran, so Vlog mäßig und dann wird man vor Ort auch, ich werde das ein oder andere, ich nenne es jetzt mal Krisen Video drehen müssen, wird interessant, denn es gibt Neuigkeiten, die ich jetzt natürlich noch nicht erzählen kann, aber auf dem YouTube Channel vom Rock Arts kommt es dann. So und ansonsten bin ich nächste Woche bei Turbo Beer. Ich habe Brickets in München für Turbo Beer. Nein, warum ich spiele Turbo Beer und ich weiß nichts davon. Nürnberg, Nürnberg ist es. Aber jetzt ja auch. Ja, am 13.3. Das ist nächste Woche, ja. Ja, das ist Mittwoch? Ich habe da eine Nachricht bekommen und dann habe ich gesagt, ja, stell mit, ich tue da jetzt immer gleich sofort reagieren, kurzfristig. Und tatsächlich für, das ist aber erst im Mai, mein ehemaliger Sänger hat sich gemeldet, wer den noch kennt, der Franz, der hat sich gemeldet, er möchte mit mir auf ein Konzert gehen und wir haben uns zu zweit jetzt Tickets gekauft für Austrian Death Machine. Gottes Willen. Also wer den nicht kennt, das ist von Tim Lambesis, also der S.L.E. Dying Sänger, die Zweitband und den schauen wir uns hoch. Er ist alles ein bisschen auch funny und lustig, weil er quasi in der Musik und während den Zwischenrufen den Arnold Schwarzenegger meme, deswegen heißt es Austrian Death Machine. Da geht es dann um one more Rap und laden so Zeug. Also es wird lustig. Ey, ich bin gespannt, habe ja auch schon lange nicht mehr so viel Kontakt mit er gehabt. Einfach mal wieder quatschen, mal schauen, wie es bei ihm in seinem Leben so verlaufen ist, seit er von der Band weg ist und seit ich weg bin und so und dann schauen wir mal. Vielleicht erzähle ich im nächsten Podcast, dass es eine neue Band gibt, wer weiß. Alles möglich. Ich lasse mir die Option jetzt mal offen. Sehr gut. Genau, auf jeden Fall da freue ich mich drauf. Das ist aber erst im Mai oder so. Genau, und dann ist ja schon bald ein Mammutfestival. Also nächstes Wochenende. Das ist quasi nächstes Wochenende. Ja, ich habe übrigens, die Tickets werden uns zugeschickt, ich habe ja noch mal gefragt. Die kommen extra auch noch mal und ja, wir müssen uns jetzt nur überlegen. Also ich glaube, ich baue einfach im Auto jetzt mein Bett wieder ein, damit wir da drum gleich pennen. Also ich tue da jetzt nicht mehr rum. Ich glaube, das machen wir. So keut ist es jetzt auch nicht. Außer der Felix zieht das Ganze aus Malgau mit. Ähm, ich tue mein Bestes. Genau. Ne, genau, das werde ich, das ist schon nächste Woche, das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Also habe ich auch eine Möbel, um zu sagen, morgen fahren wir dann auf. Morgen eine Möbel. Fahren wir dann auf. Morgenabend, nachmittag irgendwann, oder? Ja, dann machen wir uns halt noch einen Plan. Ich habe noch keine Ahnung, wann es richtig losgeht. Wie immer hat man sich so viele Gedanken gemacht, weil es ist ja erst nächste Woche. Aber 17 Uhr sind die Türen offen. Auf jeden Fall können wir dann um 17 Uhr. Ab 17 Uhr sind die Türen. Ja, dann ist das ja richtig entspannt. Augsburg sind wir gleich. Alles gut. Dann können wir ja, dann können wir ja, ja gut, nee, wir nehmen wir trotzdem dann live auf. Wir nehmen wir jetzt auf dem Festival selber keinen Podcast auf, sondern das machen wir dann trotzdem eine Woche drauf dann wieder im Call. Ja. Ich glaube, das machen wir. Aber uns fällt schon. Videotechnisch kommt dann trotzdem was von mir, weil ich muss ja ein bisschen ausprobieren, wie ich dieses Jahr auf den Festivals mit Mandy agiere, damit ein schönes Video dabei rumkommt. Also kommt das erste Festival dieses Jahr von Mammut. Da freue ich mich natürlich jetzt auch drauf. Ich bin schon wieder, also ich weiß schon gar nicht mehr. Jetzt geht's los. Also jetzt ist dann soweit. Ich bin auch schon alt. Nächste Woche Mammut. Bei mir geht's morgen schon morgen noch. Neu Springer. Also ich war auch gerne mitgekommen. Sag ich mal einen schönen Gruß. Und wenn ich den sehe, wenn ich ihn erkenne. Ich bin sehr gespannt, weil aktuell ist ja Bahnstreik. Und ich bin gespannt, wie ich es schaffe, dort hinzukommen. Wird sehr interessant. Wird sehr interessant. Weil ich versuche es mit dem Zug, beziehungsweise mit Öffis und diesen ganzen Ersatzdingern, die da sind. Das ist in Bamberg. Nur losfahren. In Bamberg. Und hast du da dann eine Unterkunft da? Habe ich, ja. Ich bin eben in einem Hotel unter Brach. Ah, cool. Da habe ich mir ein Hotel geboost. Auch direkt am Hauptbahnhof, dass ich es eigentlich nicht weit habe. Obwohl, zur Innenstadt ist eh nicht wirklich weit. Und ich freue mich ziemlich drauf. Bin gespannt, wie die Location ist. Habe schon gesehen, dass anscheinend Bier 3 Euro kostet, was ich sehr begrüße. Solange es keine 0,2er Becher sind. Aber wir sind in Bayern. Hallo. Wir sind in Bamberg. Hallo. Da gibt es kein 0,2er Becher. Zum Zoombutzen vielleicht. Ich freue mich drauf. Bin richtig gespannt. Erst Noispringer, ab morgen sozusagen und dann nächste Woche Mammut. Ah, so kann es anfangen. Herrlich, herrlich, herrlich. Wer ist denn beim Noispringer noch dabei? Weil ich habe mir jetzt im Zuge dessen, dass ich halt mit dem kurz hin und her geschrieben habe, viel haben wir nicht geschrieben. Aber habe ich mir natürlich seine zweite Band auch geschaut. Was ja auch eins, also von der musikalischen Ausarbeitung ist es ja eigentlich fast dasselbe, nur halt thematisch und auf Englisch. Thematisch ist es anders und da geht es, also, da bin ich mir nicht jetzt nicht sicher, aber sind das Bibelferse? Oder ist das halt Bibelkritik in dem Fall? Bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Ich habe einmal kurz reingehört, aber habe ich nicht näher mitgefasst. Ja, ich meine, dass da irgendwas mit christlichem Zeich und sowas, ich kann schon sein, dass das halt dann Religionskritik ist, weil, also, Kanonfieber ist ja Kriegskritik und die Art und Weise ist halt einfach, also, ich kann da, ich kann schon wieder zum Schwärmen anfangen. Ja, der Name mit Non-Esteus würde auch dafür sprechen, würde ich mal behaupten. Ja. Genau. Und ich habe, wenn man nicht erkennt, dass das Englisch ist, könnte das genauso gut ein Lied von Kanonfieber sein. Also, musikalisch tut sich da nicht viel, das ist halt nur thematisch und sprachlich anders. Na, den. Ne, Kanonfieber logischerweise ist, glaube ich, auch der Headliner am ersten Abend. Es wird, Elende kommt, was mich ja, da hat es, glaube ich, kurz davon, was sehr, so einzig, die Konzerte spüren, oder? Weil die wurden ja eigentlich schon letztes Jahr aufhören. Ich meine auch, ich habe auch nichts weiteres gelesen. Komitee kommt, Bötes Void, Der Weg einer Freiheit, Antrisch, auf die ich mich extremst freue. Ich glaube, auch der erste Auftritt von Antrisch überhaupt. und dann, wie heißt diese, in Anführungsstrichen, eingesprungene Fan aus Frankreich mit, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen, wurde mir gesagt, hört sich unbedingt an und die eröffnen den Samstag, deswegen werde ich sie natürlich sehen. Ich bin gespannt drauf. Jo. Cool. Also, dann sind wir natürlich auf den, wo ist das, warst du denn, also, in der Halle? In Haarzählen. Haarzähle heißt das, aber, keine Ahnung. Ah ja, mach mal kleine Videosnippets, dass man das mal sieht, wie das ausschaut. Oder Fotos. Schau kann. Habe ich. Ich habe mir überlegt, ob ich für, ob ich auf meinem Instagram-Kanal ganz gemütlich zeige, wie spannend es ist, während eines Bahnstreiks mit der Bahn zu einem Festival zu fahren. Mal gucken. Was hast du so geplant, Roland, außer nächste Woche, Mammut, dieses Wochenende, vielleicht irgendwas? Also, dieses Wochenende habe ich mir absolut freigenommen, was für mich bedeutet, dass ich dann einfach meiner Frau dann wahrscheinlich im Garten ein bisschen helfen werde. Wir fahren gemütlich shoppen, Familie, ehrenamtlich, ich muss ja noch ein bisschen was machen. Aber ich habe mir das Wochenende echt einfach mal ausgeklingt und dann bin ich aber ganz sicher, dass das Wochenende wieder ganz schön voll wird. Aber das ist so, das ist in Ordnung. So mache ich das und alles ist gut. Ich warte auf die Zeit, wo du in der Renten bist. du bist genauso wie jeder andere, so typischer Rentner, beschreibe einen Rentner mit einem Satz, ja, nie Zeit und keiner weiß, was er tut. Ja, wenn ich mir sage, das ist richtig Stress, das ist schöner Stress und das ist alles andere so ein Krampf, weil was machen wir, wenn wir keine Action haben? Das ist doch, nee, das geht nicht, brauchen wir nicht. Und wir glauben, wir glauben. Tatsächlich auch so ein Ding von mir jetzt, ich bin ja jetzt Strohwitwer und stecke dann auch nach dem Essen oder so am Sofa und wenn ich nicht gerade was fürs Rockharts tue oder ich zogge ja dann auch manchmal noch ein bisschen oder so, dass ich wirklich dann so, hm, was kann ich jetzt machen? Ich brauche jetzt irgendwas. Irgendwas muss ich jetzt machen und dann habe ich mir schon vorgenommen, einmal am Tag etwas putzen, ob das ein Raum ist oder ob das, der Wohnzimmertisch ist. Es ist so, einfach, dass ich es auch gemacht habe und dann so, okay, ja, es gibt ja immer irgendwas zum tun, also das ist halt schon. Und dann bin ich gestern, bin ich gestern einkaufen gegangen, war kurz mal, wo ich auch ein bisschen gezeigt habe, was ich essen wollte und bin bewusst entschleunigt gewesen und ich habe mir das echt einmal angeschaut, wie die Leute hetzen. Ach gut, das war eine Riesenschlange auch bei meinem Einkäufer, aber dann werden sie schon alle nervös. Der Verkäufer, der, der halt momentan neu ist da, der ist halt ein bisschen langsamer, der wird noch angelernt und alles und das merkst du halt und der wird auch nervös und plötzlich werden sie alle nervös und drumherum wird alles nervös. Ich stehe so da und denke mir, ich habe Zeit, cool, lasst euch Zeit, keinen Stress jetzt. also ich bin ja bewusst langsam gange, einfach um, ich habe Zeit, also ich mache mir keinen Stress nicht. Das war echt cool. Ja, aber es ist ein Schritt, da bist du schon vielen Menschen ganz weit voraus, weil genau das ist nämlich das, ich kann das nämlich auch einfach mal da sitzen, vorm Haus sitzen, wenn es Wetter dann sogar ist und so weiter am Nachmittag, wenn es dann noch ein bisschen warm ist, da sitzen, schön Seidel Bier in der Hand, und die Hühner zugucken, einfach mal gerade ausschauen und das bewusst mal ein paar Minuten zu machen, das ist sowas von, ja, es ist gut so und das ist auch in Ordnung und ich merke es ja wieder, ich habe es jetzt ziemlich wohl wieder gemerkt, ganz viel, ich war beruflich wieder einiges unterwegs und wenn du dann in deinem Auto sitzt, in deinem Lastwagen sitzt und wie gestresst viele Menschen sind auf der Autobahn, in die Wirtschaft und so weiter und das ein ganz klein bisschen beruflich bist, den im Vortritt lassen, wenn du halt Auto dort stehst und wie immer und wie die anderen dann reagieren so quasi, uch, der lässt mich vor und das ist ja netter und das ist dann auch wieder schön dann, wenn du selbst entschleunigt bist, das dann den anderen irgendwie ein bisschen weiterzugeben, aber genau das brauchen wir noch einfach ein bisschen, also in unserer hektischen Zeit wie immer, ein kleines bisschen rücksichtsvoll zu sein und ein kleines bisschen entschleunigen mit einer guten Musik im Auto natürlich und ja, dann ist alles gut. Also, das wird dann nur, also, hab jetzt ich nicht gemacht, aber wäre auch lustig gewesen, so ganz entschleunigt und immer so, ja bitte, ging es vorbei, das Oma geht vorbei mit dem Ding und im Ohr dann den Knochen und da dann den krassesten Black Metal Oh yeah, entschleunigen. Ja, es tut einfach gut zwischendurch. Ja, aber du hast gerade was gesagt, erst noch ein bisschen Shoppen geht es, wo man ja vielleicht, und Shoppen ist ein gutes Thema, über das man ja reden kann, da kann man ja ausschweifend drüber reden, machen wir ja fast in jeder Folge, eigentlich machen wir das in jeder Folge, aber wir reden halt nicht darüber, was wir zukünftig shoppen können, sondern wir reden ja gerne darüber, was wir denn die letzten zwei Wochen eventuell gekauft haben und ich würde jetzt gleich einfach anfangen. Ich habe tatsächlich Also ich bin schon ganz eis, mach ich nicht. Nichts gekauft die letzten zwei Wochen, sondern ich habe es vorbestellt und es ist heute jetzt rausgekommen und das habe ich mir angehört. Und das Erste, was ich bemängeln möchte, ist, es ist ein Digi-Book. Also wie nennt man das? Ein Hardcover-Book. Gepäck. Und es hat eine vollbescheuerte Größe. Ja. Also es passt nirgends rein. Bruce Dickinson habe ich mir gekauft. Ich habe das blind gekauft, weil ich habe weder vorher vorher das eine Lied, was halt bekannt war, ansonsten habe ich gesagt, ich kaufe es mir jetzt einfach und dann hören wir mal rein. Ah, das Erste, wo hast du nicht das Digi-Book? Wirklich. Das ist halt nicht. Also das ist keine normale CD-Größe. Wie kann ich das erklären? Ah, okay. Jetzt weiß ich, welches du hast, ja. Kann ich dann gleich nochmal draufhören oder zeige ich dann auch noch was dazu? Aber jetzt lass mich jetzt nochmal in Ziffi drüber reden. Das ist ein Riesen-Book. Das habe ich mir jetzt auch nicht angeschaut, weil ich war jetzt erstmal wollte ich nur sagen, was ich über die Musik sagen kann. Zum einen ist es, es ist ein Lied drauf, das ist hörbar. Der Rest ist für mich unhörbar. Ja, ich weiß nicht warum. Ich komme mit denen seiner Stimme nicht klar. Das ist also dieses, ich weiß nicht, ob beim Iron Maiden oder bei anderen Liedern von ihm die Stimme also ein bisschen mehr angeglichen ist zum Instrumental, aber der bläht dir da total ins Ohr rein. Und dann sind es teilweise nicht einmal so richtige Metal-Songs, wo man sagt, hm, es kann jetzt alles sein, Olli, das ist dabei, da war ich im Auto geguckt und ich habe mir ins Gesicht geschlagen müssen, weil ich wusste, was jetzt auf mich zukommt. Da singt er nur und man hört irgendwie so, man hört irgendwie so, ja so Urwald-Geräusche im Hintergrund. So ein bisschen. Und er singt, also sonst gar nichts. Kein Instrument, null, so fängt es auf. Ja, jetzt. Es ist für mich, also mir gefällt es absolut nicht. Das ist wirklich, es ist, dieser Gesang, den er hat teilweise, also es gibt ein Lied, das muss das letzte gewesen sein oder so, da hat er, da versucht er nicht so krankhaft hoch zu singen. Ich sage, er kann es ja noch, aber das, irgendwie tut mir das im Ohr nicht gut. Also, mir gefällt sein Gesang nicht mehr. Vielleicht war das irgendwie früher so ein bisschen anders, weil das Instrumental lauter war, aber er ist da so laut mit der Stimme, dass das mir nicht gefällt. Also teilweise hört sich das sogar ein bisschen schief an. Muss ich leider so sagen. Also das kann mir jetzt abhieren, aber dieses Album ist für mich leider nicht kaufbar und nur weil Brooks Dickinson draufsteht, ist es noch eine Qualität hoch. Also es ist leider keine Qualität. Das kann jetzt ich, also vielleicht ist der Kontrast einfach zu groß gewesen. Kanonfieber raus, Bruce Dickinson nein, aber trotzdem ist es halt, mir fehlt da auch ein bisschen mehr der Metal tatsächlich. also es ist, das würde ich jetzt mit Iron Madden nicht vergleichen. Also das ist, wenn ich nicht wüsste, dass der Bruce Dickinson sein Gesang ja doch auch sehr markant ist und man kennt die Stimmfarbe, die er hat und ja, das kann Iron Madden sein, aber der Rest passt einfach nicht dazu. Das passt nicht zu seiner Stimme, was der da macht. Außer das erste Lied, das ist das, was man kennt, aber wahrscheinlich auch nur, weil man das schon ein paar Mal gehört hat. Das ist nur ein bisschen Metal, aber der Rest, der Feiz, auch. Also es ist echt, für mich war es mehr so ernüchternd, so scheiße, so es gab da noch. Ich hacke mal gleich ein in die ganze Geschichte, weil ich habe es mir angehört, sind ja mittlerweile auch auf seinem YouTube-Kanal, glaube ich, alle Soms online, wenn ich das richtig gesehen habe. Also alles, was es da zumindest gab, auch die Videos logischerweise, alles mindestens einmal durchgehört. und ich habe es nicht gekauft und das hat genau diesen Grund. Ich finde zwei, drei, ein Lied finde ich gut, zwei finde ich okay und mit dem Rest kann ich wenig anfangen. Bei mir ist es aber auch so, das muss ich dazu sagen, auch wenn ich Maiden höre und Maiden live höre, dann brauche ich erst mal eine Maiden-Pause. Der Abend und so weiter ist immer geil, das ist mega, aber dann brauche ich erst mal eine Pause, weil bloß seine Stimme doch sehr viel ist und auf Dauer finde ich sie auch anstrengend. Persönlich. Ich sehe gerade, da ist ein Comic drin, das war wahrscheinlich der teuerste Comic, den ich immer gekauft habe. In dem Buch. Ja, ja, gut. Und wie kann man so unhandliche Größe machen? Die kann ich nirgends reinstellen, das schaut in einer immer CD-Regal-Kacke aus, wenn einer so eine CD rausschaut. Das würde dir hinten gar nicht reinpassen, Roland, weil das von der Höhe her fast nochmal halber zu groß ist wie eine andere CD. Blöd, blöd. Ich bin gespannt, wie er live ist dann beim Rockhards. Bin gespannt, ob er alleine die Headliner-Qualitäten hat. Darauf bin ich vor allem gespannt. Ansonsten haben wir halt ein zweites Running Wild-Erlebnis. Entschuldigung. Nee, kann es ja nicht sein, weil es ist ja nicht Maiden. Wäre es Maiden und es wäre schlecht, dann wäre es ein Running Wild-Erlebnis. Ja, okay. Was ich für sich allein auf ist, ist es noch nicht so. Ich will es ja jetzt wie gesagt, vielleicht ist auch nur das Projekt scheiße für er mittlerweile. Naja, aber Roland, deine Meinung dazu? Ja, also bei mir, meine Meinung dazu, es hat schon mal damit angefangen, dass man es letzte Woche am Freitag, wo es herausgekommen ist, am 1. März, dass man sich das nicht als MP3 holen hat können. Da haben wir schon gedacht, okay, was macht es jetzt? Bestellst du es jetzt doch als DigiPack, wie auch immer? Ja, dann habe ich das angeschaut, irgendwie 27 Euro. Da haben wir gedacht, nee, weil ich kenne ja einen Berufs, weil das, was der Ziff jetzt gerade so beschrieben hat, ein, zwei Lieder sind hörbar oder nur eins oder wie auch immer und ich kenne ihn ja. Also genau das habe ich auch erwartet. Und dann haben wir gedacht, gut, du wachst jetzt erst einmal. Dann habe ich dann auch die zwei, drei, vier Sachen auf YouTube angeschaut, angehört. Und dann haben wir gedacht, nee, also das Geld gibst du halt nicht aus, weil du kennst den Berufs. Aber genau das habe ich fast erwartet. Also es ist wirklich ein Lied, wo geil drauf ist auf der Scheibe und der Rest, ja, ich weiß nicht, was er da macht. Also das ist einfach sein Steckenkjahr, dass er sich da künstlerisch ausbreiten muss, was er alles kann, was alles möglich ist und es hat nicht immer was mit Battle zu tun, das wissen wir oder das haben wir jetzt erfahren. Und ja, sind wir gespannt, was auf dem Rock hat es live dargeboten wird, was das für schon geht. Das ist schon krass. Also hier ist nicht so viel da. Nein. Das ist eine normale CD-Größe. Ach so, okay, das wolltest du dir einfach zeigen. Ja, genau. Das ist eine normale Ich habe mir einfach den Preis abgeschickt. Also mir ist einfach der Preis abgeschickt, also sagen du, für 27 Euro das braucht es nicht. Also wenn ein CD nur 20 Euro kostet, ist in Ordnung. Und schauen wir erst mal, was noch weiter rauskommt und wie sie die anhören. Ja gut, also ich werde es mir dann auch nicht richtig dann digital holen wahrscheinlich, wenn wir das ein, zwei Sagen runterladen, weil ich sage, da kann ich mitreden, aber das war in der Vergangenheit auch schon mit Hated Millionär und wieder das andere irgendwas mit Dragon weiter noch. Das war wirklich, da war ein Lied gut auf der CD und der Rest war komisch. Ich sage einfach mal komisch, weil, wie gesagt, er ist Künstler und das will er da anscheinend ausprobieren und machen und tun. Ja, und vielleicht ist im Alter auch schon ein bisschen was schräg geworden, ich weiß es nicht. Aber es sind ganz viele andere gute Sachen rausgekommen, das muss man dazu sagen. aber bei der Halle, ich bin auf der Anzeige froh, dass du dir das gekauft hast und das so geholt hast und jetzt seit der Meinung so geteilt hast und dann kann ich dann sagen, ja gut, da bin ich bestätigt. Also ich bin froh, dass du das machst, das finde ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich wäre da sehr viel emotionaler, wenn ich Geld dafür ausgegeben habe. Sehr gut. Sehr gut. Wobei ich sagen muss, es geht ja wirklich eigentlich für uns nicht um die Kohle, weil man das machen ja alle drei nicht und das gibt es ja nicht. Jedoch, es geht immer um die Relation. Ich sage, andere Bands, die hauen Platten raus, wenn du sagst, die holst du auf Bandcamp und die schmeißest du für sieben Euro nach oder sagen sogar so quasi give me a gift und du kriegst die Platte oder dann sagen, na gut, du kriegst so ein geiles Album und dann sowas zu kredenzen, das hat eigentlich ja Bruce auch nicht nötig, aber wie gesagt, also ich finde es echt scheiße. Also dass das einfach diese, dass da wirklich anscheinend in der Grundlage wirklich vorhanden steht und das finde ich einfach doof. Da muss ich kurz eins sagen, ich habe es, das Album habe ich, mal abgesehen von meinem Kauf, habe ich nämlich im CD-Regal gesehen und da gab es das für 15 Euro tatsächlich. Allerdings war das echt so ein labbriges Digi-Pack-Ding, also richtig die CD-Größe, aber halt ohne irgendwie, also die CD ist in diesem Pappschuber drin und das finde ich immer ziemlich ätzend und finde ich auch für den Namen unheimlich billig gemacht. und dann auch wieder, also mich haben zwei Sachen abgeschreckt. Einmal, dass ich es vorher die Hälfte ungefähr des Albums angehört hatte und es mir nicht richtig getaugt hat und als ich dann gesehen habe, im Vergleich dann auch zu der CD, die ich gleich vorstelle, was ein richtiger Digi-Pack ist, ist halt schon recht labbrig gemacht und das finde ich dann echt qualitativ. Ich finde es, ich würde auch die Größe jetzt nicht die ganze so bemängeln, wenn da ein CD-Case drin wäre. So, was man halt draußen nicht mehr kann oder hat man was zum Hinstellen und die CD kann irgendwo noch mit rein tun und ich brauche nicht das ganze Pack im Auto zu legen. Das hat mich ja bei Sabaton schon so aufgeregt, dass ich auch mal so ein Buch rausgebracht und alles und das ist halt auch, wenn es halt nicht reinpasst, ich habe halt, wer das letzte Video von mir angeschaut hat, ich habe dann Pappkarton im Auto und da muss das reinpassen. Das ist eine Originalgröße extra, da waren früher unsere Band-CDs drin in so einem Pappkarton und das muss dann reinpassen und wenn es dann nicht reinpasst, dann ein Minuspunkt schon bevor. Wenn es vor allem nicht reinpasst, ist es einfach scheiße. Genau, dann gehört es da auch nicht rein. Genau. Und weil der Heli gerade im Chat auch geschrieben hat, er hat jetzt Lust, sich das mal ohne zum Herrn, wenn wir das schon so zerreißen, dann schau erst gerne an, auf YouTube ist alles anscheinend mit zur Verfügung, oder? Und jetzt werft ihr, was habt ihr so gekauft? Ja, dann fange ich mal an, so wie wir das eigentlich meistens so machen und ich muss im Vorfeld mal sagen, also wir sind halt sehr international, also Landsberg am Lech, Köln, Griechenland, Schweden, Dänemark, es ist halt alles dabei und ich fange jetzt einfach mal wieder mit einem richtigen Exoten an und den wir uns sechs Wochen am Freitag auch anschauen. Das Bolt! Genau. Ja, ich glaube, ich glaube, Felix, dieses Mal werden wir ein paar Überschneidungen haben und was ich nicht weiß und ich nicht sagen kann, das hast du mit Sicherheit auf der Lade und ich habe gesagt, ich weiß bloß, das Bolt, das Bolt bin ich ja eigentlich nur draufgekommen, weil mein Bruder Felix so richtig ein Das Bolt-Fan ist und da sind wir auch schon mal in Eichstück gewesen, da haben schon gespielt und da haben wir es uns angeschaut und da Felix ist der volle Fan und man dachte, ja gut, ich hole mir das jetzt auch und das ist mittlerweile das fünfte Album von denen, das letzte war 2019 und eigentlich ist ja Dustbolt oder war mir Dustbolt so in Erinnerung so, Dustbolt ist Trash Metal. Ja, doch das Album, ja, also das war jetzt eigentlich eine Assoziation dazu, dass es so Dresch war, aber wie gesagt, also das Album, das heißt übrigens Sound and Fury, können Sie auch schauen auf dem Instagram-Kanal, den wir haben und muss sagen, jetzt wenn es das so sagen kann, wie du auch hast, dann waren wir richtig stolz auf dich. Ja, das kann ich und zwar ist das metalnet unterstrich Platten Tipps. Ja. Ja, sehr gut. Ich bin bereit. Ich war stolz auf dich. Aber jetzt hängt bei Bildern mir keine Ahnung rum, aber ich hoffe, ich hört es mich noch. Wir hören dich noch. Wir hören dich. Vielleicht wackelst du dann, wenn der Felix drohe so ein bisschen an deinem Kamerakabel, vielleicht geht es dann wieder. Jetzt ist es egal. Also wurscht. Also wurscht. Und auf jeden Fall ist dieses Dustbolt all um das Neue Meines Erachtens ist das jetzt eigentlich mehr Newn Metal, Metalcore ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall ja, also kein Trash Metal nicht mehr in dem Sinn, sondern interessanter geworden. Also ich finde es jetzt echt nicht schlecht, muss ich sagen. Und ja. Finde ich jetzt fast ein bisschen, wenn du das so sagst, finde ich das fast ein bisschen short irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe es ja noch gehört, aber ich hatte Dustbolt schon immer dieses, das ist der neue Stern am Trash-Himmel, quasi das, äh, der fünfte, der fünfte von den vier deutschen Trash-Bands so in der Art. Hatte ich jetzt irgendwie so immer so gefühlt, ah, Traitor, okay, kann ich mir auch noch sagen, wenn du Felix schon da hinzeigst. Ne, aber schon, ich dachte das jetzt bei denen eigentlich auch so, dass das da hinkommt. Aber und jetzt, was würdest du jetzt sagen, Felix, was das für Richtung ist? Ähm, also, also sie sind auf jeden Fall komplett, äh, nicht komplett, sie sind, äh, sie wandeln abseits des Thresh-Weges, den sie, äh, ursprünglich sehr begangen haben, logischerweise. Und, ähm, ja, da sind jetzt komplett andere Einflüsse dabei. Ähm, also dieser angepiste Gesang vom, äh, Lenny Bruce heißt er, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ähm, er singt relativ viel klar, mal ist auch so, äh, ich würde sagen, Metal-Core-Shouten dabei, Growling dabei, auch. Und, ähm, gerade auch musikalisch, also es ist unheimlich abwechslungsreich, das Album. Okay, dann ist es ja fast wieder. Auf die Fresse dabei, es ist wirklich genau das, was Roland gesagt hat, so, äh, Elemente vom New Metal kannst du reinzählen, äh, Chorelemente kannst du mit reinzählen, aber irgendwie, äh, ist das Album ein schöner Guss geworden. Es klingt interessant, klingt spannend, ich bin gespannt, wie es live wird nächste Woche. äh, deswegen, also mir gefällt es sehr, sehr gut, muss ich sagen, bisher, die, äh, Durchläufe, die er hatte. Ich bin ja eigentlich nicht der Trash-Fan, also Trash ist ja, so, der muss wirklich gut sein und muss nur gefallen und muss melodisch sein zwischendurch und das war das dann nicht immer, aber auf der Platte, muss ich sagen, äh, ich hab's noch eben Felix gesagt, äh, soll sie auf jeden Fall holen, muss reinhören, absolut geil, also ich find's prima. Ich werd auf jeden Fall dann, äh, mir vielleicht nächste Woche dann eventuell, ich wollte jetzt gerade schon wieder bestönen, weil ich mir gedacht hab, mh, so ein Mix, Genre-Mix, hab ich ja in meinem letzten Video, wer's noch nicht gesehen hat, soll sich das nicht mal anschauen, auch erwähnt, dass das Bands meistens mir gefallen, wenn sie ein bisschen in den Genre hin und her springen, einfach weil's, weil's das Ganze mehr Pepp hat, nicht auf eins eingespült, jetzt ist Kanonfieber da, jetzt nicht so, das Beispiel dafür, aber ist halt Black Metal, äh, aber, äh, im, im Spektrum von Black Metal ein bisschen, äh, vom Melo-Black bis Black Death und so, also das kann man ja, in Nuancen, kann man das ja hören, ähm, aber, aber, Premiere oder sowas hab ich ja, äh, 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 nochmal aufgezählt, die ja genau das sind, vom, mit Power Metal Anleihen bis Black Metal und das gefällt mir ja, deswegen bin ich gespannt auf, äh, auf die Wendung und vielleicht holen wir dann da dort ein paar Leute die CD. Warum nicht, Toro? Weiter, Roland, dann machen wir mit dem nächsten Exoten weiter und zwar haben wir jetzt da eine Band, wo ich vorhin nie was gehört hab. Ah, geil! Ah, ha! Hakebogen! Ja, also die Oper, das ist wieder ein Joint Venture unseres Tages, das ist mir das, äh, angetragen worden und zwar ist das, äh, äh, ein Kölner Mittelalter Band, sag ich jetzt einmal, Fogband, äh, die seit 2016 ist das dritte Album erst von denen, das da heißt, äh, Dance und Gloria und, äh, es hat für mich geklungen ein bisschen wie, die alten, die ganz alten Subway to Sally. Von dem her muss ich sagen, äh, ja, genau, Siffi, ich hab da echt an dich gedacht, also wie ich bis gehört hab, ähm, richtig schöner, mittelalter, Fog, Rock, äh, von der Stimme her auch, äh, wie gesagt, ein bisschen an Eric Fischer erinnert und, äh, da sind ein paar richtig, richtig geile, ähm, gute Lahnemusik drum, Nachdenkmusik, Verarschemusik, Rindl und Gretlwetter zum Beispiel, äh, da toll umgedreht und, äh, richtig interessant, ähm, aber, äh, einfach, da hab ich gesagt, das hat einmal, ein Schwabe, der Jürgen, äh, quasi wieder ein Zett kriegt, so ein, musst du annehmen, musst du kaufen, geil. Und ja, und ist wirklich so geil, da wären wir dann sogar am, ähm, dritten April dann nämlich auf Nürnberg von Hirsch, da spielt nämlich der Hockeypfug und Raub ein, und Raub ein, feier ich ja sowieso ohne Wille und auch, feiert ist ohne Idee. War das das? Am Mittwoch. Am dritten, äh, dritten, vierten oder vierten, dritten, vierten der Mittwoch, ja. Hirschen Nürnberg, Mittwoch. Hat doch, einen Tag vor Ragnaröck. Ja, passt doch. Ach, ach, ist doch ein fließender Übergang. Könnte man mitnehmen. die vier, drei, ist nicht tot wie immer. Und wie gesagt, Braubein, die feier ich ja sowieso ohne, ich bin die dort jung, und mit, äh, schau ich, schau ich, so stüge. Ja, und, kann ich nur empfehlen, die tolle Liveband übrigens, äh, ich hab sie auf dem Mahlström gesehen, äh, die haben auch auf dem Campingplatz übernachtet, ganz normal. Super Jungs, haben geile Bühne, äh, Bühnenpräsenz auch, haben richtig Laune gemacht. Ich kann's nur empfehlen, also, wer sie live sehen kann, und, äh, Roland, du hast ja schon gesagt, 3. April, da wünsche ich dir auch jetzt schon mal viel Spaß dabei, weil, das macht echt Laune. Ja, und vor allen Dingen, das ist so, so sage ich, da kann ich auch mal eine Frau mitnehmen, kann ich sagen, das ist ja Musik für dir, und wie gesagt, Raubein, da freien wir ja drauf, wenn die, und der Rock hat so richtig geil, und die Finiari, die gut, und, und wie gesagt, der Hirsch in Nürnberg, das ist ja bei uns um die Ecke, äh, empfehlen, zu wertig Location, einfach geil, einfach klasse. Ja, da freien wir, da freien wir wirklich drauf. Das nächste, was mir dann, mein, mein Schwager, der Jüng, das ist ja ein ganzer lieber Mensch, wie er uns hergelegt hat, Holzmarray, ja, das finde ich auch, ich denke mir, bei den Angels, ja, bitte, ich denke mir, dass es der Felix sich auch geholt hat, nein, also, hab ich ein, was du nicht geredet, nee, ich kann dir auch sagen, warum, also bisher, ich habe noch nicht ins neue Album reingehört, das muss ich dazu sagen, aber Suicidal Angels, äh, packt mich irgendwie nicht, ich weiß nicht, warum, es gibt so ein paar Bands, die eigentlich voll in meinen Genre-Bereich passen müssten, und, äh, Suicidal Angels gehört leider nicht dazu, äh, genauso wie es zum Beispiel Legion of the Damned eigentlich voll in mein Beuteschema passen müsste, äh, es sind so zwei, wo ich, wo so in, ich würde mal sagen, ähnlichen Bereich gehen, was mir eigentlich gefallen müsste, aber irgendwie nicht, bisher zumindest, jetzt mal schauen, ich habe es noch auf der To-Do-List, das neue Suicidal Angels Album, aber ich habe noch nicht reingehört, das muss ich dazu sagen. Also, ich muss sagen, äh, für das, was es Trashmittel ist, man muss sozusagen auch kriegen, finde ich auch so geil, das kriegen wir auch so geile Musik machen können, die es seit 2001 gibt, äh, es sagt mir, wie es, äh, das erste Mal gehört hat, ein bisschen an Creator in it, also, man könnte wirklich fast meinen, dass das den Herrn Petrazio sei, stimmig ist, wirklich, also, auch stimmlich und so weiter, aber zwischendurch, total melodieus, wo ich sage mal, das ist wirklich was, was ich brauche, am Trashmittel, oder am Mittel an sich, dass zwischendurch einfach, melodieuse, ob das getan wird, sind, ob das dann ein Schlagzeug ist, ob es auch von Gesang ist, und für den muss ich sagen, ich finde es ab, ich finde es wirklich, für das, dass das Trashmittel ist, absolut geil, willst du einfach nicht mehr da noch, dann, manche mir da ein Ausrufezeichen geben, hehehehe, dann haben wir noch mal einen Exoten aus Griechenland, zwar ist es die Bank, ist es nicht ganz drauf, Firewind, Firewind, äh, die hatten wir schon, muss ich sagen, schon Sänger, mit, mit deutschem Sänger, ah, das habe ich sicher nicht gewusst, ja, ich meine, der Herbie Langhans, der, äh, viel mit dem Tobias Sammet auch zusammen gemacht hat, ist dort, äh, Sänger, mittlerweile, schon seit dem letzten Album, ah ja, ja, also das habe ich auch gesagt, der hat schon von, von meinen guten Nachbarn gekriegt, und, äh, ich muss sagen, es ist halt, ja, ich meine schon quasi, ich muss da anhören, es ist so, das ist dein, dein, dein Wetter, und das passt dort, es ist halt, äh, schöner, fundierter, Heavy Metal, sind hier vorne, oder eben im Zuge von, äh, Accept in die Richtung, ich denke auch, äh, das ist auch der Grund, warum das, nicht so bei uns bekannt sind, weil es jetzt wirklich sich teilweise sehr wie Accept anhört, wie gesagt, ist aber ein richtig schöner Heavy Metal, ähm, kommt gut, also, wie gesagt, also, hört mal rein, ich habe es jetzt nicht schlecht gefunden, das ist jetzt nicht so ganz der Burner, wo ich sagen muss, unbedingt der Kaufempfehlung, aber, wie ein Heavy Metal Mark, wo, like Accept, ist eine Kaufempfehlung. Karte ist, Karte habe ich bestellt. Okay. Also, okay, fuck bin ich dabei. Okay, fuck. Dann, mal, noch mal ein bisschen internationaler, und wir gehen jetzt mal Richtung Norden, und zwar nach Denemal, und zwar habe ich da, vor kurzem auch noch ein bisschen was gesagt dazu, oder haben wir schon mal gehabt, und zwar jetzt ist das neue Album von Funje, das ist da heiß, Eptimel, äh, Dark Metal, Viking Metal, like Amon Amos, aber richtig geil, also das sind ja wirklich Lieder drauf, teilweise, äh, ein bisschen atmosphärisch gemacht, äh, bei dem Album, finde ich, aber, also mir gefällt es einfach, also, äh, ein anderes Amon Amos, ein schönes Amon Amos, aber ist, äh, dann, äh, 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 Amon Amos, äh, 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 genau, Amorante, Ah, äh, das ist, das ist, das ist, das ist, du drückst nicht ganz drauf, ich denk schon, hä, Marat aufgedrückt. Da bin ich sauer. Ja, das ist mein Drucker, der macht das nicht immer so, wie es sein sollte, aber... Kann man einstellen. Ich hab das schon probiert, aber das ist... Ich hab's schon probiert, glaubst du mir, aber ich weiß, was das ist und der Felix wird das dann quasi auf unserem Instagram-Kanal dann nochmal dieses Posten, dass man das nachsehen kann und der ist schwedischer Metal, die es seit 2009 gibt, was ich ein bisschen sehr interessant gefunden habe, war, es wird als Melode-Desk-Mittel... Ich glaub, die sind auch mehrer Sachen, das ist auch sehr durchgemischt. Nein, das ist also meines Erachtens Disco-Metal. Ich schau da zu Disco-Metal, weil... Weil Disco-Metal, das sind so Sachen dabei, wie so, das hören sich ein bisschen an wie Blümchen. So wirklich schon aus den 90er Jahren, aber dann mit Bums, mit Gitarre, mit teilweise Geschaute, mit Gekrone dazu und das find ich absolut geil. Und das ist... Hast du gewusst, das ist ein Funfact, den ich jetzt vorweg schmeißen kann, hast du gewusst, dass der Sänger von Dynasty auch bei Amarante mitspielt? Nein, hab ich nicht gewusst. Also ich weiß, dass das ungewischte Hauch ist irgendwo und... Das hört man zwischendrin in den Liedern mal, wenn man den Gesang kennt, aber ich hab dann auch nachgeguckt, ich musste recherchieren aufgrund eines Formates auf dem Rockouts-Channel, da ist das ein Funfact, den ich da erwähnen werde. Weil ich spinne ja. Ah ja. Ja, wie gesagt, ich find das so richtig... Es ist so gute Laune-Musik, also das Album ist jetzt von vorn bis hinten ein 16 oder irgendwie so, also ist nicht immer laut zu hören, aber ein, zwei Sachen, die machen wirklich gute Laune und dann drehen wir wirklich ab, weil es einfach so drück, 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 machen die Laune und ist schön und wie gesagt, das schadet da zwischendurch, also ich mir fahrt das, also zwischendrin echt ein Schreck. Und das Letzte, was ich jetzt habe, also wirklich Album Nummer 7, also wie gesagt, hier woher wir die Klug schlagen, und zwar genau, The Unity. Das Album heißt, ich will gleich noch mal schauen, sehr ähnlich, schöne, The Unity ist eine Band, die gibt seit 2017, Ex-Mitglieder von Gamma Ray haben sie gegründet. Oh, jetzt kommt Angel Kind dazu im Podcast, auch nicht schlecht. Hallo. Gut. Kind sagt, gute Nacht. Gute Nacht. Chat bitte alle gute Nacht in den Chat schreiben. Genau, alle lieb sein. Kind geht ins Bett. Schön. Also, wir waren bei SayUnity, vor und wechseln. Von Ex-Mitgliedern von Gamma Ray, der Richard, der Gitarrist und eher Ehre vom Schlagzeug. Und ich habe von denen ein Video gesehen auf YouTube. Haben wir gedacht, den Menschen kennst du doch da an der Gitarre. Und der Mensch an der Gitarre, also sprich am Bass, war, oder ist der ehemalige Bassist von Edgar, der Tobi Exschel. Und der rüscht jetzt seit 2022 auch mit. Und, ähm, die Unity war ein schöner Power Metal. Ähm, ich dachte eher sagen, das ist Heavy Metal im Stiller 80er, 90er Jahr. Schöner, fundierter Metal. Also, das ist jetzt nicht irgendwo, dass ich sagen nur, es ist Power Metal, es heißt Nerd Speed, wie immer. Aber, ähm, mir hat es gefallen, mir jetzt taugt und so haben wir die CD mal geholt. Und, ähm, ja, hat man gedaugt. Und ich habe gesagt, wenn du irgendwann von Edgar mitspielt, von der ehemaligen Edgar, man weiß wirklich, wie es mit der Band weitergeht, was ich doof finde. Ey, das, das fragen sich die Leute bei der Ray auch. Das ist nie, niemals beendet worden. Vielleicht ist das, da ist einer umgezogen und zack, äh, gibt es die Band nicht mehr. Und jetzt ist Edgar nur noch in unseren Erinnerungen, aber in guten Erinnerungen. In guten Erinnerungen, ja. Ja, und das waren meine sieben Platten, die ich die Woche gekriegt habe, wo reingegangen sind, wo man mir gesagt hat, die haben die letzten zwei Wochen gespaß gemacht, im Auto zu hören und in der Arbeit. und, äh, ja, dann geht's nicht gut. Nicht schlecht. Sehr gut. Ja, bei mir, es hat sich nicht viel getan. Ich hab mir tatsächlich nur eine CD gekauft und es ist das Blut. Ah, echt? Das hätte ich, das hätte ich auch nicht erwartet. Das war jetzt. Mhm. Das ist die einzige Platte, die ich, ja. Das ist die einzige Platte, die ich mir gekauft habe. Äh, ich hab natürlich in Mandrake Project von Bruce Dickinson reingehört. Äh, die Firewind hab ich kurz reingehört. Ähm, Emerand hab ich kurz reingehört, aber das war's dann auch schon. Ich hab mir noch was, äh, gepreordert, weil ja, äh, jetzt dieses große, in Anführungsstrichen, Crowdfunding, aber es ist eigentlich eine Preorder, äh, von Wintersun natürlich stattgefunden hat, von dem Time Package, von der, von dem Time Tour Album, plus die ganzen Demos, fünf Demos CDs sind da, oder Platten sind da mit dabei. Äh, das wird allerdings erst ab, äh, August freigeschalten dann, zum offiziellen Release. Deswegen, das hab ich sozusagen vorbestellt. Aber, äh, das war's dann relativ schnell schon. Ich muss noch einhaken von vor zwei Wochen, weil, äh, wenn man Fehler macht, muss man sie natürlich kurzzeitig mal auch korrigieren. Ich hab Hulder nach Niederlande gepackt, dabei ist das eine Belgierin, die mittlerweile in den USA lebt. Dafür Entschuldigung, falls ich da mit jemandem auf die Füße getreten bin. Sehr gut. Das nenne ich, das nenne ich vorbittigen Journalismus. Und, das weiß ich auch, dass ich Left in Shades gesagt hab bei EXA, aber das Ding heißt Left in Shards. Äh, ja. Natürlich alles korrekt dargestellt auf unserem Instagram-Kanal. Du wolltest jetzt nur wieder Instagram-Kanal unterrichten. Blattetipps. Woohoo! Äh, Claudi im Chat, äh, unser Mod, äh, kann ja gern mal, äh, hier nochmal Links posten für unseren Instagramer-Channel live auf den Live-Portalen hier YouTube und Twitch. Könnt ihr vorbeigucken, wenn ihr mal live zuschauen wollt. Äh, alle zwei Wochen Donnerstags. Hier, da sitzen wir ab 19 Uhr zusammen. Ähm, dann was ist mit Shopping, oder wie? Ja, Shopping, Twitch. Also konnten wir durch unser Shoppen auch vielleicht die ein oder andere Band in die Charts hieven? Wo ist denn, wo ist denn Bruce Dickinson? also, der ist doch Bruce Dickinson wird das morgen drin sein in den Charts, also aktuell noch nicht. Ach stimmt, der war ja Freitag, Donnerstag sind die Charts Ende, glaube ich. Genau. Genau. Äh, beziehungsweise Mittwoch und Donnerstag irgendwie so ist da der, äh, äh, Break-Even-Point, was weiß ich, wie man es benennen kann. Ich hab keine Ahnung. Äh, ich hab ein bisschen rumgeschaut in den Charts, was sich da wie getan hat, sowohl letzte Woche als auch diese Woche, was da so ein bisschen unterwegs war. Äh, letzte Woche hat sich gar nicht so wirklich was getan, also zumindest was, äh, Neuheiten angeht aus, äh, Rock und Metal beziehungsweise Metal. Äh, interessant wird's allerdings, äh, was aktuell so in den Charts rumlungert, sozusagen. und da haben wir zum einen auf Platz 3 Amaranth, was Roland gerade eben schon vorgestellt hat. Das hat mich etwas verwundert, weil so weit vorne ist. Es ist sehr eingängig. Es ist halt nicht dieser abschreckende Metal. Ja, aber das wundert mich eigentlich nicht, was wirklich, ich denk mal, wirklich dieser, wie sich sagt, dieser Disco-Metal, das ist, das ist, äh, Mainstream-mäßig. Also ich denk wirklich, dass das ganze Leute von ganz viel, äh, äh, ja, Bandbreiten, sag ich jetzt mal, abholt. Und von dem her, also, wie gesagt, die Platte ist ja wirklich abwechslungsreich und, äh, mir gefällt's ja auch. Also von dem her, also, aber Platz 3, das ist, da bin ich überrascht. Wunderbar. Mhm. Cool. Dann Platz 17 ist, äh, Dustbolt eingestiegen. Da hab ich auch großgeguckt. Platz 17 ist sehr stabil. Ähm, ja, da kannst du ja ja mal gar nichts sagen. Dann Platz 21, der gute Ace Freely, ähm, ehemals, äh, Kiss-Gitarrist mit seinem Album 10.000 Volts. Äh, ich war jetzt nicht großer Fan von seinen Solo-Projekten, kann auch zu dem Album es nicht wirklich was sagen, aber es ist auf Platz 21 gelandet, von daher. Hat sein Solo-Projekt schon einen eigenen Namen? Ace Freely. Haben wir da. Also, ich hab mir das neulich. Sieht sich doch an. Ich hab das schon ein klein bisschen YouTube verfolgt und muss auch sagen, ähm, ja, das ist so ein Solo-Projekt und, äh, ja, das ist ein ganzer, netter Vortrag und, ja, wer ist das? Der Ace Freely? Ah, mir geht auch das für ein Kiss. Ja, aber welche, also, der, wie hast du, der hat sein komischer Name, Ernenmann, der, der mit dem, Star Child. Ja, die Star Child, die Star Child ist doch der Sänger gewesen. Der Space Man. Der Space Man. Sieht er dann? Ja, also, das Goldene hat der gekauft. Ach, genau, das Goldene hat der gekauft. Genau. Okay, dann was ist? Also, er ist auf jeden Fall und hat Goldene gesiebt. Das weiß ich nicht. Du hast die Manske gebraucht, so viel. Ja, genau, damit ich weiß, wer von denen, also, den Namen kenn ich nicht. Ich weiß nicht, die sind nur auf der Kunde sind so klein. Ich habe sie damals 1988 umgeschminkt gesingen, Schweinfurt auf dem Monsterserfrog. Ja, mit Arveden. Ja, du bist alt. Weiterhin mit dem Schott. Ja, Platz 23 ist Borg Naga unterwegs mit dem neuen Album Fall. Ich kann mit Borg Naga persönlich nicht so viel anfangen. weiß nicht, es taugt mir nicht so richtig, ich kenne aber genügend die es feiern. Offensichtlich sehr melodisch. Ich mag den Gesang nicht so richtig tatsächlich. Ich versuche gerade mit irgendwas zu vergleichen, es geht halt auch so ein bisschen in diese Viking-Richtung, aber Das ist gleich klassische Ragnarök-Band. Ja, da haben die Album schon. Die haben da schon mitgespielt, ja. Borg Naga. Borg Naga. Hans Borgenschef auf Deutsch, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber man weiß es nicht, weil keiner weiß, wie man es ausspricht. Entweder Borg Naga oder Borg Nage. Nobody knows. Ja, und das war es eigentlich schon großartig von den Charts, wenn ich mich gerade richtig durchscrolle. kurz nochmal schauen. Schau, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit. Mutter hält es in den Charts. Was? Mit den Lost Tapes live at Donington. So eine Live-Sammlung, soweit ich das weiß. Platz 46. Mal erwähnen. Mutter, darf ruhig mal wieder erwähnt werden. Hat keiner mitgekriegt, deswegen ist es nicht Platz 1 geworden, oder? Na ja, okay, dann wissen wir ja jetzt, was wir, wir können jetzt wieder, also wir geben es jetzt wieder frei, ab sofort, könnt ihr wieder für die nächsten Charts einkaufen. Also ihr könnt jetzt wieder loslegen und könnt einkaufen und damit die nächste Mittelband in die Charts hieven und weiß, der Chat ist schon wieder viel zu schnell für mich heute. Der Chat springt jetzt schon wieder, jetzt kommt raus aus dem Wasser, zurück aus dem Becken, die springen jetzt schon wieder alle in das, nicht vorm Becken ran springen, habe ich gesagt, und nicht laufen. Ja, das ist halt das Bringerprobleme mit der Wasserwacht. Genau. Menno, so, und jetzt lasst euch mal wieder rausfischen aus dem Becken, denn wir, wir, wir machen das schon gescheit so. Ja genau, der Augustinamaß geht erst mal Pommes holen, okay? Auch kurz. Da werden noch ganze, ganze Schwimmbad-Stories ausgepackt hier. Ist geil. Okay, dann gehen wir jetzt gemütlich einfach, heute sind wir ja wieder fit, heute können wir ja wieder ein bisschen loslegen, oder? Jetzt sind wir ein bisschen sportlich unterwegs. Nein, wir können halt auf den Zehner. Oh, das ist aber, der Zehner ist schon hochgegriffen, aber kein Problem, dann gehen wir den Zehner hoch, also wir müssen halt langsam raufgehen, sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, dann musst du oben wieder warten, weil die Kiddies dann da stehen und die trauen sich nicht und dann stehen die ja so auf der Seite und warten und schauen dir zu und dann schaust du das erste Mal runter und denkst, Scheiße, zehn Meter sind schon verdammt hoch, aber kein Problem, wir trauen uns um, weil wir machen das Ganze blind mit dem Rücken zum Wasser, machen die Augen zu und wir lassen uns einfach Kerzen gerade noch, mit dem Rücken so Kerzen gerade runterfliehen ins Wasser und wir tauchen kopfüber ein, schütteln Brenner, weil wenn man da aufklatscht, tut es weh und dann schwimmen wir von einem, von einer Müsli-Zerialie zur anderen, die da Metapher-mäßig, muss man ja nochmal erklären, sonst weiß es ja gar nicht, wir befinden uns in einer großen Müsli-Schüssel aus sehr, sehr vielen Zerialien und diesen kleinen Zerialien sind Metal-News, News, die die letzten zwei Wochen passiert sind, die die Journalisten-Kollegen in dieser Welt aufbereitet haben für uns, damit wir sie ganz lecker verknuspern können und wir knuspern und knuspern und der Felix hat auch die ein oder andere für uns schon getestet und wird uns jetzt die Besten raussuchen und lasst uns drüber reden, was denn so passiert ist. Ja, sehr, sehr gerne Mädel, muss direkt loslegen. Ich fange mal so mit Festival-News an, weil eine Sache, die ich sehr cool finde, dass da jetzt die News so richtig draußen sind tatsächlich, ist, es geht um das ARC-Festival und Ziffi, du warst ja schon dort, ich war auch schon unter anderem dort und wir waren unter anderem auch von der Location relativ begeistert und die mussten sich allerdings einen neuen Platz suchen und ja, sie sind fündig geworden, auch natürlich wieder im Allgäu, hier in der Nähe sozusagen von mir, in Herod, bei Kislek wird das Ganze sein und die hauen jetzt dann auch nach und nach endlich die Bands raus und Vorverkauf hat glaube ich auch schon begonnen, also da geht es, muss es jetzt auch relativ schnell gehen, logischerweise, weil das Festival ist im Juni, deswegen, ja, hat einige Botengänge logischerweise auch bei Behörden und so alles Nachsicht gezogen beziehungsweise gebraucht und ja, jetzt haben sie es endlich geschafft, alles ist bestätigt, Konzept-Pipapu, alles durch und vor einer Woche bekannt gegeben, ja, hier ist es, wir ziehen um, aber hoffen, dass wir natürlich dort genauso geil abfeiern können wie auf dem alten Gelände, logischerweise. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich mehr jetzt sagen, ich mehr jetzt gerne ich, ich mehr jetzt gerne ich, kennen wir, der Hinkomme irgendwie, es ist halt von mir aus so weit weg. Ja, ich habe auch leider an diesem Wochenende keine Zeit dieses Jahr, aber ein Arbeitskollege von mir geht hin, der wird mich mit Infos danach überhäufen, hoffe ich doch sehr. Wann genau ist das Datum? 20. bis 22. Juni. Nee, kann ich nicht. Das ist schade, ich würde das, also ich finde sie, ich fand das Eule-Gelände ja schon nicht schlecht mit diesen halben Schuppen, wo die Bands dann gespielt haben und so. Die Leute waren so gut. bei gleisendem Sonnenschein möglich im Schatten stehen und Musik genießen. Ja, mal gucken, vielleicht light's uns nächste Tür. Kommen wir mal. Gut. Festival News, immer gut. Ja, gell? Ich mache weiter mit dem Summer Breeze, weil die haben zum einen eine neue kleine Bandwelle sozusagen rausgehauen, wie beispielsweise den Headliner Heaven Shall Burn, was ohne das respektierlich sein zu wollen, aber Abonamara und Heaven Shall Burn sind halt gefühlt echt Hausbands vom Summer Breeze, was sie ja, die sind halt auch mit Fahnen schlagen, befreundet wahrscheinlich und sagen, ja, lass uns einfach alle zwei Jahre spielen, dann passt's. Wer weiß. Weißt halt, was du kriegst, abgesehen davon. Aber die News, die du hier verbreiten willst, ist ja im Endeffekt, dass es jetzt fast ausverkauft ist, oder? Ja, das auch. Das sind die zweiten News zum Summer Breeze, nämlich, dass es anscheinend aktuell bei 90% ausverkauft ist. Was für so ein großes Festival sehr stabil ist, logischerweise. Ja, ja, es ist schon fast, gell? Also, wir haben schon März. Dürft schon bald ausverkauft sein. Auf der anderen Seite, wenn das beste Festival in Deutschland quasi das Rock hat es schon ausverkauft ist, wollen die anderen Leute noch hin. Also, von dem her, was wollen sie noch? So ist es. Die zählt ja eh nicht, weil Wacken ist ja außer Konkurrenz, weil das zählt ja nicht, weil es zu groß und zu weit weg für uns ist. Von dem her, wunderbar ist es, dass jetzt nicht doch die anderen alle dann aufs Hammer Breeze gehen und ich wünsche einfach viel Spaß. Ja, ich werde ein Tagesticket wahrscheinlich nicht mehr. Meine Frau und ich wollen an so einen Tag mal hingehen. Auch spontan wäre das. Das ist ja auch cool. Für den Tag echt gut. Ich glaube, die Tagestickets und so sind immer nicht alle ausverkauft, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber... ich meine Tagestickets haben sie immer so ein gewisses Kontingent, soweit ich weiß. So Abendkasse mäßig, ja. Ne, das machen wir spontan, da bin ich jetzt noch nicht dieses Jahr ein bisschen ruhiger unterwegs. Ja, ich hüpfe einfach zum nächsten Festival weiter, wo ich auch unter anderem sein werde, nämlich das Partisanen. Die haben nämlich das Line-Up kompletiert, sozusagen. Geht der Chat gleich wieder ab? Und Partisanen? Eskalation! Eskalation im Chat für Partisan! Oh yeah! Und warum zeigt es mir jetzt nicht die Liste an, was alles bestätigt wurde? Menno, Moment. Er kann es doch hier nicht angehen. Das ist der Vorteil Metal.net, einfach mal kurz Internet, Klick, Klick, Klick. Ich mache mir eine gescheite Liste. Ah ja. Es ist ja nur die Anlaufstelle für Leute, die selber nicht lesen wollen und nicht wissen, wo man das alles lesen kann. Und wir haben heute den Überblick über diese ganzen journalistischen Medien, die wir dann nutzen und berichten. Ja, und diese Arbeit ist auch nicht gut. Man darf das nicht unterschätzen. Ja, ich sehe. Wer tut es schon an? Äh, ja. Der Felix macht sich schon viel Arbeit und sucht das Zeichen raus. Ja, also, ist ja wieder wei. Sind sie Kollegen? Sollen Kollegen? Das ist ja aber ich die letzten fünf Bands jetzt auch endlich mal, weil es wird zum einen sein The Black Dahlia Murder, bin ich sehr gespannt drauf, weil nach dem Tod vom Trevor, seines Zeichens natürlich Sänger dieser Band und auch unheimlich charismatischer Frontmann auf der Bühne, bin ich gespannt, wie das dann kommt. Sadus ist noch bestätigt, Ultra, Los Manes Del Was? Ach, was weiß ich? Los Manes Del Mundo Ich konnte es gerade echt nicht lesen, dabei kommt die morgen auch zum Neusbringer oder übermorgen? Mal kurz. Übermorgen. Ja, ich lasse mich überraschen. Und Nervo Chaos kommen noch. Das sind die letzten fünf Bands fürs Partisan. Mich persönlich reizt da Ultra ein bisschen und Sadus und Black Dahlia Mörder werde ich auf jeden Fall reinschauen. Aber für mich ist das Lineup so auch schon gigantisch genug. Ja, da gibt es so viele kleine Perlen, die dabei sind, in Anführungsstrichen klein. Und natürlich auch von den großen Bands. Ich fange nur an mit Behemoth, Sodom, Abad wird kommen, Solzaphyr wird dabei sein, Batushka und, 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 und wird auf jeden Fall wieder ein geiles Festival. So oder so. Wenn man ab, Schloss steht. Ja, natürlich. Da brauchen wir auch gar nicht viel mehr dazu sagen, Roland. Ja, und Wolle schreibt es gerade in den Chat bei uns, denkt an die E-Mails zu Sodom. Ich denke mal, da geht es um das Thema Setlist, wo man Vorschläge machen kann. Irgendwie sowas habe ich gerade im Hinterkopf, aber Wolle korrigiere mich gerne im Chat, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe. Weil das ist gerade nur so, irgendwas im Hinterkopf noch irgendwie so verankert. Ja, ich schüpfe einfach weiter zur nächsten News, weil es gibt doch so ein bisschen so ein Live-Gedöns, was ich so ganz interessant fand, das zu lesen tatsächlich. Und zwar einmal ist die Kombi, die wahrscheinlich Siffy auch sehr gut gefallen wird. Trivium und Bullet for a Valentine gehen zusammen auf Jubiläumstour. Und ja, ich glaube, bisher waren es nur wirklich Großbritannien- Termine, aber es soll eine große Tour werden, dementsprechend Augen offen halten für diejenigen, die diese beiden Bands oder eine der beiden Bands sehr mögen, logischerweise. Da wird es bald sicherlich neuere oder nähere News geben. Auf jeden Fall sind zwar zwei Bands, die ich persönlich nicht in meinen Raster fallen, aber definitiv, vor allem wenn man bei Festivals schaut, logischerweise sehr weit oben stehen. Deswegen also die Augen offen. Ja, gefreut mich. Vielleicht schaue ich mir das ein oder andere auch. Ja, es ist schon lange her, Bullet, aber und Trivium habe ich auch schon lange nicht mehr hoch. Ja, ein bisschen natürlich. Ich meine, das ist die Band, die ich dann für mich entdeckt habe, nachdem mich der Mentor zum Metal gebracht hat, habe ich mich ja in diese Band ein bisschen verguckt. Aber von dem her, ich bin immer nur der Meinung, dass Poison, das Album von Bulletproof und The Valentine, das ist mein All-Time-Favorite of Metal-Album Number One, also da kommt so schnell nichts anders hin. Hätte ich immer noch gern beim Trainieren und alles. Aber ja, gut. Das war's von... Das ist schön zu hören, das sieht man auch so ein bisschen in der Vergangenheit und so damals und so. Das ist richtig schön. Er hat mittlerweile auch schon ein bisschen das Alter. Das ist von früher schwärmen das ist ja, ich weiß ja nicht, das kriegen wahrscheinlich einige nicht mit, weil das ist ja immer so eine unsittliche Zeit, wo der Mane und ich freitags in der Früh streamen und da sind wir momentan auch auf so einem Trip, dass wir uns da ein bisschen drüber unterhalten, so über die Zeiten früher, wie er noch da gewohnt hat und wie wir da als Kiddies immer mit dem Skateboard rumgefahren sind und so und irgendwann war mir so da gekommen, das klingt schon ein bisschen nach Midlife-Crisis. Also Midlife-Crisis kommt erst ab 50 plus habe ich mal gehört, ich habe keine Ahnung, ich bin zwar da drin jetzt heute alt, aber nicht weiß ich, aber nee, das ist was anderes, das ist einfach so, schön, dass man es erlebt hat und dass man das gemacht hat und alles ist lauter und das ist einfach schön in der Augen und das hat die Glücklich-Crisis zu tun, glaubst du mal? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen so. Ja. Das war so von der Festival beziehungsweise von der Live-Ecke würde ich jetzt mal so betiteln und ja, da gab es auch so ein paar schöne Kleinigkeiten wie zum Beispiel das Nightwish anscheinend das Album mittlerweile fertig gemixt und gemastert hat und jetzt mal schauen wann da mal so richtig News rauskommen weil das letzte Album ist ja auch schon ein gutes Weißchen her das Human Nature hieß das ich glaub 2020 also auch schon wieder vier Jahre her von daher mal gucken wie das wird genauso bin ich gespannt auf den morgigen Tag weil da kommt ja das neue Judas Priest Album raus auf das ich mich persönlich sehr freue und ja irgendwie dieses Jahr einige Größen die neue Sachen rausgingen Priest gut über Herr Dickinson haben wir schon gesprochen aber Nightwish schauen wir mal wann da wie was kommt wer anscheinend im Chat steht schnell um beantworten der Wolle schreibt nämlich fragt mich ob vom Rockhards noch Bands kommen und es sollten noch fünf Bands kommen nice werde ich jetzt das Wochenende hoffentlich in Erfahrung bringen beziehungsweise da mal Druck machen dass das endlich rauskommt weil ich will mein Format fertig planen und da fallen mir noch fünf Bands okay also ich glaube das fünf aber es wird sich zeigen aber kein Banger mehr also das ist mehr so die haben wir auch noch okay dann sind wir mal gespannt ja dann Slipknot anscheinend aufgrund ihres 25 jährigen Jubiläums äh bring eine Box raus nein arbeiten sie scheinbar an neuen Masken ach komm aber ich wusste dass ich dich aber ich wusste doch dass ich dich damit triggere du hast doch extra gewartet jetzt was kommt ja ah shit aber schon wieder äh kann man jetzt müssen wir es doch schon langsam mal ungefähr so abschätzen gehen in welchem Intervall machen die neue Masken ich dachte immer zuerst für jedes neue Album das stimmt doch auch nicht ganz oder ne irgendwie hatte ich das auch mal gedacht äh also bei jedem neuen Album zumindest haben sie neue Masken soweit jeweils aber irgendwie dazwischen auch mal so ein zweimal irgendwie Veränderungen gewesen was weiß ich äh dazu bin ich glaube ich zu wenig äh äh so richtig in Slipknot drin um das zu wissen ja okay dann ja gut die wechseln ja auch mittlerweile ihre Leute wie Unterhosen so von dem her ja apropos Wechsel bei Slipknot ich wusste es dass das kommt ich wollte dir das jetzt so hinschmeißen du bist dein Schatz hinschmeißen hinschmeißen Weinberg eine neue Band oder er wird bei einer anderen Band einsteigen oder ist eingestiegen hat er es zumindest bekannt gegeben nämlich bei Suicidal Tendencies Ja, bin ich mal gespannt, weil bei Suicide Tendencies, da gibt es immer richtig schön auf der Schnauze, musikalisch, schnell nach vorne, thrashig, punkig, ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll, hört bei Suicide Tendencies rein, ist auch für eine geile Truppe und ja, da wird auch, glaube ich, ein neues Albo irgendwann dieses Jahr rauskommen, wenn ich mich gerade nicht täusche. Deswegen, ich bin gespannt, wie er sich dort macht, aber das ist so ein Top-Drummer, ich glaube, der wird dort auch seinen Fußabdruck schön hinterlassen. Ja. Schön, dass er wieder was gefunden hat. Ja, bei Slipknot wird er immer noch drüber gemutmaßt, wer denn ihn ersetzen wird. Ich glaube, aktuell ist der gute Herr Casagrande, der bei Sepultura draußen ist jetzt, anscheinend ist da das Gerücht am größten. Aber, keine Ahnung, mal gucken, wir werden es irgendwann erfahren und ihr erfahrt es natürlich hier bei uns. Dann, wenn es die Slipknot-Vinylbox gibt. Ja, irgendwann, das wird er mit 80 aus der Veranda und dann kommt der... Slipknot ist schuld, dass ich keinen Plattenspieler habe, weil ich mir nämlich fest vorgenommen habe, wenn die diese scheiß Plattenbox rausbringen, dann kaufe ich mir einen Player dazu und dann werde ich auserwählte CDs auch in Menü kaufen. Ja, ich bin mal gespannt. Oh, es ist ja ewig her, wo diese News kam, von wegen mit dieser Box. Ja, ich glaube, das ist schon drei Staffeln gefühlt hier. Ich meine, es war Februar 21, aber lag mit mir nicht darauf fest, dass so ist es in meinem Kopf irgendwo in der Schublade drin. Egal. Egal. Ich hüpfe weiter zu einer nicht ganz so geilen News tatsächlich. Es geht um Mick Mars, ehemals Metalikro, muss man ja mittlerweile sagen. Und, ja, hat ja jetzt auch im relativ hohen Alter auch sein Solo-Debüt rausgehauen. Und, ja, es muss anscheinend auch für ihn gerade immer, der hat ja schon seine Krankheit, die ihm das ganze Leben lang begleitet und auch alles andere als, ja, beziehungsweise ihm einige Steine in den Weg legt. Und aktuell muss es schon so heftig sein, dass das nicht bloß Schmerz ist, sondern dass er ein Riesenproblem ist, sogar hat, den alleine Kopf hochzuhalten. Aber Finger und Arme funktionieren, deswegen ist alles gut, was Gitarrespiel angeht. Und, ja, das geht darum, dieser nächste Halbsatz, den für sowas finde ich immer sehr amüsant. Nur bei einer Arbeitseinstellung würde ich sagen, also das ist so ein Riesenproblem. Nicht, ich habe mal, ich würde gerne, dass ich das gesagt habe. Ich hätte mich schon lange langstrimmen lassen. Sehr gut. Und eine Sache, wo es auch um Krankheit geht, wo natürlich eben die positive Richtung geht, nämlich es geht um Schandmaul. Und da wissen wir ja, dass der Thomas mit Krebs zu tun hatte. Und die hatten jetzt ihre erste gemeinsame Probe, also wieder alle sechs zusammen. Was ziemlich Geiles. Und, ja, gab auch ein kleines Short-Video dazu, sozusagen, auf den Socials. Und, ja, da muss man schon sagen, Thomas sieht immer noch gut angegriffen aus. Und, ja, man hört auch an seiner Sprechstimme, dass es ihm sehr zugesetzt hat. Zumindest meine ich das zu hören. Ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Und, ja, dort wurde auch gesagt, sie üben zusammen. Thomas, gerade auch mit dem Singen und so weiter, hält er sich zurück. Gerade auch dieses Jahr, was Konzerte angeht. Und sie werden bei den Konzerten sehr viele Live-Musiker, also Live-Gäste dabei haben. Weil er wird vor allem die Instrumente spielen. Und er wird die Instrumente spielen und eher weniger singen. Ich weiß nicht, ob er gar nichts singt. Das würde ich noch ein bisschen offen lassen. Aber es klang so, als ob er tatsächlich nur an den Instrumenten wäre. Und dann mal gucken, gerade auch beim Rockharz, wo Schandmaul ja auch auftreten wird. Was da dann abgeht, vor allem von den Gästen her. Ja, also da, ja, Schandmaul ist, glaube ich, auch eine Band, die sehr viele Bandfreundschaften hat. Und daher, ich bin auf die Show sehr, sehr gespannt. Und ich freue mich, dass sie quasi Freunde mitbringen, die dann mitsingen. So meinst du das jetzt? Naja, cool. Zu dem Thema, Herr Hake, ich nehme den Ball jetzt einfach schnell auf. Und weil ich gerade im Chat auch gestanden ist, Suicidal Tennisons, wir sehen den Jay Weinberg dieses Jahr auch. Die spielen ja auch im Rockharz. Ja, stimmt. Dann können wir uns da live anschauen, ob er was taugt. Natürlich. Auch wenn man wahrscheinlich nichts will, dann gehen wir zwar nicht unbedingt zwischen zwecks der Band hin, aber vielleicht zwecks dem Jay. Mit Jay. Ein bisschen dem Jay auch zuhören. Und gucken, was er da zusammen trommelt. Ja, was mit dem Rockharz immer ein bisschen blöd ist, weil die Bühne so hoch ist. Die ist ein bisschen höher wie so eine normale Bühne. Dass man dann den Schlagzeichen immer so schlecht sieht aus dem Graben. Vielleicht protestieren sie ihn richtig auf. Ja. Ja, cool. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen und darüber berichten natürlich auch. Ich freue mich so, als Rockharz, ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Ich bin ja jetzt schon so geeibt wegen morgen und das ist dem Wochenende einfach wieder gleich zu wissen, was jetzt Phase ist. Vielleicht kriege ich wieder ein bisschen Insiderwissen. Aber das, ich kann es nicht mehr. Das ist das Festival, wo ich mich am meisten darauf freue, aber es liegt wahrscheinlich an der Natur der Sache. Ja, aber auch zu Recht. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich bloß noch einen Jungs übrig. Und ich mache dort weiter, wo wir, ich glaube, das letzte Mal hatten wir auch so eine News, nämlich aus der Zeitung beim Roland, wie ihr euch sicherlich erinnert, oder war das das vorletzte Mal, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo es um eine Benennung eines Tieres geht. Ja, diesmal hat es Alice Cooper getroffen. Also ein Fossil wurde jetzt nach Alice Cooper benannt. Sehr, sehr schön. Nimmst du der Funa Alice Cooper? Marie, was haltet ihr von Fossilien? Ja, was haltet ihr von Fossilien? Das ist ein Sehntruf. Ja, großartig. Und ich habe erst gedacht, okay, was kommt da jetzt für ein Tier auf uns zu? Fossil vor allem? Naja, mal gucken. Es ist ein Wurm, der sich in einer selbstgebauten Röhre aus Kalk versteckt, wenn Gefahr droht. Ich fand das so geil. Ich habe gedacht, vielleicht hat das Tier irgendwie so eine Farbgebung wie seine Schminke oder sowas, weil er auch die Augen auch immer so deutlich schminkt und allem drum und dran hier als Schockrocker. Das fand ich dann schon sehr niedlich. Ein Wurm, der eine Röhre aus Kalk hat, in die er sich verzieht, wenn Gefahr droht. Geil. Und wer auch immer ihn benannt hat, danke dafür. Es ist ja, der Name wird ja dann gegeben, wenn das Tier neu gefunden wird, also neu entdeckt wird, dass es diese Gattung damals oder noch nicht gab. Der muss ja dann auch schon einen Bezug zu der Musik gehabt haben, der das, oder den Namen gibt ja auch die Person, die den findet, oder? Genau so ist es, genau so ist es. Und von dem her muss der ja Rocker sein, oder zumindest halt Alice Cooper-Fan gewesen. Genau. Beim letzten Mal war es, glaube ich, der Bruce Dickinson, der benannt wurde. Wir hatten es schon mal, das Thema, ich glaube bei Tankard war das auch mal. Gab es das nicht auch mit so Schnecken, Fossilien und sowas mal, wo mehrere gleichzeitig benannt worden sind? Daher kommt ja auch unser Intro irgendwie. Apropos Fossilien. Ja. Ja, es zeigt uns wieder, wie weit der Mittel eigentlich verbreitend ist. Also, ob das jetzt eine wissenschaftliche ist, oder ob das ein ganz normaler Mensch ist, wie du und ich und wie auch immer. Einfach geil. Mittel ist da. Genau. Ob ich diese News möchte ich abschließen, mit diesem Blog. Dann, oh, so kommt das denn heim. Dann, auf YouTube sagt auch schon gerade, jemand muss raus, meine Frau ruft an, dann viel Spaß beim Telefonieren. Du hast Glück, denn wir beenden das Ganze heute jetzt natürlich an dieser Stelle pünktlich nach eineinhalb Stunden. Es ist jetzt knapp nach halb. Von dem her sind wir richtig gut in der Zeit. Das ist, also natürlich machen wir das, weil wir professionell sind. Jedes Mal auf Punkt. Dementsprechend könnt ihr auch nächstes Mal wieder einschalten. Äh, wieder in zwei Wochen. Ich schätze mal, ich schaue jetzt mal kurz auf, äh, auf die Zeitleiste hier, äh, und zwar wäre das, warum geht bei mir der Kalender nicht mehr, ach doch hier, das wäre der einundzwanzigste. Ich überprüfe lieber mal, nicht, dass da irgendwie was in meinem Kalender steht, was denn da sein könnte. Wollt ihr bloß 7 und 14 zusammenzählen, dann bist du auch bei 21. Ja, aber deswegen weiß ich da lang nicht, was in meinem Kalender deswegen steht. Da kannst du nicht. Nein. Wollen wir denn dann gleich nach einem Ersatztermin schauen? Ja, das machen wir. Das machen wir, wenn dann. Nein, das ist bei uns immer besser. Weil, also. Richtet euch schon mal drauf ein, dass wir eventuell das Ganze dann auch an einem Mittwoch machen können. Mittwochs ist ja dann immer so unser Ersatztermin eventuell. Also von dem her, vielleicht sagen wir es auch ganz ab. Und wir machen erst wieder eine Woche drauf was. Bleibt einfach informiert, indem ihr alle, die live dabei seid, hier rechts unten oder links unten ist so ein QR-Code, da kommt man zu WhatsApp, da gibt es so einen WhatsApp-Channel, den kann man folgen und da beim Roland im Bild, da gibt es den QR-Code-Deck für zu unserem Podcast. Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram folgen, also mich halt, Herr Dark und Felix vielleicht, dann werden wir das da ankündigen, wann wir wo wieder live sind. Ansonsten normalerweise immer alle zwei Wochen donnerstags mit Abweichungen. Das wird aber irgendwo, wird es dann bekannt gegeben und wenn ihr am besten in diesen WhatsApp-Channel reingeht, dann poste ich das sowieso immer, die Neuigkeiten. Von dem her, bleibt up to date. Es war mir eine Freude heute Abend. Ich war echt müde, weil ich ein bisschen viel gegessen habe nach der Arbeit. Ich war richtig müde, aber ich wurde sofort wieder wach. Sobald der Stream losgeht, bin ich on fire. Ich habe Bock gehabt und wir sind, ich habe es nicht bereut. Ich habe wieder was gelernt. Ich freue mich auf die Konzerte, die ich jetzt wieder gehen darf, weil ich mir Karten gekauft habe und ich freue mich auch auf das Mammut-Festival. Es folgt jetzt dann auf YouTube auch wieder mehr Metal-Content. Von dem her, schaut auch da wieder vorbei und dann sage ich danke an dieser Stelle an alle, die zugehört haben, die live dabei gewesen sind und wir sehen hören uns gegenseitig irgendwann wieder. Und ich bin raus und übergebe an meine Kollegen. Ja, ich muss auch einfach sagen, es war heute wieder einmal eine Freude. Es war auch wieder süffig. Ich war eigentlich heute auch sehr müde und angestrengt, aber der Podcast mit euch zwei ist halt wirklich schön so, wenn man viel quatschen kann, wenn man seine Neuigkeiten loswerden kann. Und was soll ich sagen, es gibt es jetzt keine Musik, gibt es auch Festival, support the underground und ich wünsche euch einfach alles Gute. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Da muss ich gar nicht viel dazu sagen. Außer ich freue mich auch tierisch auf die Konzerte, die jetzt alle anstehen. Und schön, dass ihr wieder beide natürlich einen wunderbaren Podcast hier mit mir in den Armen sozusagen macht. Es ist ein Träumchen. Und, ah, hier, es ist aber ein wunderbarer kleiner Stammtisch, gefühlt. Und ja, vielen Dank an die Leute, die live dabei waren und natürlich auch an die Audio-Leute. Für die Audio-Leute ganz wichtig, es wird wahrscheinlich nicht der Sonntag werden, weil ich bis Sonntag unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob ich da zwischendrin schaffe auf 12 Uhr, wie immer. Dann mache ich mir einen da keinen Stress. Dann mache ich es auch mit mir fertig über das Wochenende. Dann kommt es halt am Montag oder Dienstag. Ja, machen wir Montag. Das klingt doch gut. Ja, dann mache ich es am Sonntag fertig und dann mache ich es jetzt auch nicht mehr ein Darmes. Sonst müsstest du es ja ein Darmes machen, weil ich fahre morgen in der Früh. Ja, also dann machen wir uns keinen Stress. Die Folge wird rauskommen. Genau. Am Herzen müsst ihr das nächste Mal live mit reinschalten. Und Bruce Dickinson, das Album kommt in die Verlosungsbox, würde ich sagen. Das ist jetzt so mein Hauptsache, das liegt nicht bei mir, Schachtel. Aber wann wir das verlosen, wann wir das verlosen, weiß ich noch nicht, aber ich habe beschlossen, dass ich das über die WhatsApp-Leute verlos, weil das sind ja die, die da in dem Channel drin sind. Ich glaube, das ist am einfachsten. Also, ich danke euch nochmal, dann sind wir raus. Danke für eure warmen Worte nochmal. Danke, Chat. Danke, danke, danke. Ihr seid die besten Support. Support ist kein Wort. Lasst ein Abo da und wir hören uns. Tschüss. Bis zum Samen. Das war schon Stress, aber es war schon ein schöner Stress. Metal.net, der Podcast. Wo in meinem Kissen, was haltet ihr von Fossilien? Also, ich steige jetzt da gleich mal in das Thema ein. Denn wir springen jetzt Kopf voran in die Metal-News.